Der Zustand unserer Veränderung. Ja, wie ist dein Zustand? Du wurdest irgendwann mal Christ oder bist es noch nicht? Auch nicht schlimm, kann man jederzeit werden. Aber wie ist dein Zustand? Bist du noch am Anfang oder bist du gewachsen? Wenn ich unsere Enkel sehe, die wachsen und wachsen und dann kommt wieder eine Mama und sagt, ja, stell dir vor, der hat keinen Schnuller mehr, stell dir vor, der braucht keine Windeln mehr und so weiter. Wenn man manchmal bei den Christen schaut, meint man, sie haben noch Schnuller und Windeln, weil sie nicht gewachsen sind. Und die sind natürlich heute nicht hier und die schauen jetzt auch nicht zu, darum sage ich das so offen. Aber wir sollen doch alle wachsen und reif werden. Und da gibt es auch viele Bibelferse in der Bibel. Ich habe so einen Slogan gehört, der heißt, Herr, verändere mich und lass mich, wie ich bin. Und so sind viele unterwegs. Herr, verändere mich und lass mich, wie ich bin. Ihr seht hier den Elefanten, der zu einem Leoparden wird. Der Herr möchte, dass wir uns verändern. Bei der Veränderung, ihr Lieben, müssen wir den Platz verlassen und weitergehen. Und so viele bleiben stehen, bleiben einfach stehen. Hier ist schön, da bleiben wir stehen, da bleibe ich stehen. Das sind meine Freunde, die vielleicht auch stehen bleiben. Wisst ihr, ein ganzes Volk Israel ist in der Wüste eigentlich immer 40 Jahre im Kreis rumgelaufen, weil sie in ihrem Glauben stehen geblieben sind. Und ihr Lieben, Verwandlung ist eine Umgestaltung, eine Metamorphose, was man ganz gut darstellen kann bei dem Schmetterling. Wir sehen hier bei dem Schmetterling, der nicht als Schmetterling auf diese Welt kommt, sondern als Raupe mit vielen Füßen und muss auf der Erde kriechen. Dann wird es ein Kokon und dann wird es ein Schmetterling. Wir kennen das noch aus der Schulzeit. Aber das ist für die Veränderung auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Kokon-Zeit ist für dich beendet. Und die Raubenzeit sowieso, dass du auf der Erde rumkriegst und rumkriegst und da hoch und von dem getreten wirst und von jenem, die ist für dich zu Ende. Und die Kokon-Zeit, die Verwandlung, sollte eigentlich auch durchgestanden sein. Und dann verändert sich etwas, was auf den Boden kriecht, in etwas, das fliegen kann, das dem Himmel zugewandt ist. In Römer 12, Vers 2 lesen wir, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Da steckt so viel drin. Lasst euch verändern. Wenn wir noch in dem Anfangszustand sind, können wir nicht feststellen, was Gott das Vollkommene und was gut für uns ist. Gott möchte uns verändern, unser Denken neu ausrichten. Nicht mehr das Denken, das wir hatten bei der Bekehrung, das war gut und da war viel Freude drin. Aber wir sind gewachsen und in ein neues Denken, wo wir immer mehr hineingeführt werden und Gott uns immer wieder hineinführen möchte. Wir haben nicht mehr das Raupendenken, so, ach, wer tritt mir als nächstes auf den Kopf, ach, wen kann ich jetzt wieder am Fuß kitzeln und was alles. Ihr kennt ja die Merkmale der Raube, sondern ein Schmetterlingsdenken. Hinauf in die Farbenpracht der Blüten und ihr wisst, wie es im Frühling aussieht und wie wir uns freuen über sehr schöne Schmetterling. das ist wirklich eine Pracht. Hat noch kaum jemand gesagt, guck mal, was für eine schöne Raupe oder guck mal, was für einen niedlichen Kokon, sondern das übersieht man, aber ein Schmetterling kann man nicht übersehen. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Er hat uns den Zugang, er hat uns den Zugang zum Himmel gewährt. Wir haben den Lock-in, den Zugang zum Himmel. Lock dich ein in den Himmel und sag, oh, danke, Herr, dass du mir den Zugang gegeben hast. Die Raupe ist mit der Erde verbunden und ihr Lieben, der Schmetterling mit dem Himmel. Und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, das das ein bisschen darstellt. Wir wollen Schmetterlings sein und benehmen uns wie eine Raupe. Ach, ist das Leben schwer. Ach, ist das mühsam. Und hier hoch. Und nein, da komme ich nicht hoch. Und ach ja, und das und die Not und jene Not. Ich sage dir, heb dich hinweg himmelwärts. Der Lock-in ist dir gegeben. In Kolosser 3, Vers 4 heißt es, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf die himmlische, auf Gottes himmlische Welt aus, wenn ihr mit neuem Leben erfüllt seid. Sonst geht es nicht. Aber wenn ihr mit neuem Leben erfüllt seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Wo richtest du dich aus? All das, was in den Medien kommt, all das, was du meinst, was falsch läuft in unserem Land, auf dieser Welt, oder richtest du dich ganz auf Gottes himmlische Welt aus? So viele kümmern sich um andere, die meinen, die falsch laufen. Und ich sage dir, richte dich auf Gottes himmlische Welt aus. Sonst im Gegenschluss heißt es ja, wenn ihr nun mit Christus zu neuem Leben auferweckt seid. Wenn wir nicht zum neuen Leben auferweckt sind, dann meckern wir an allem herum, an Menschen, an Systemen und an allem meckern wir herum. Ich sage dir, übergib das Gott, überlass es Gott, bete dafür, aber richte deinen Blick nach oben. Seht dahin, wo Christus ist, heißt es da weiter, seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese Welt ausmacht. Und dann geht es weiter in Vers 3. Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Du hast Anteil an seiner Herrlichkeit. nicht Anteil an der Erde, Anteil an seiner Herrlichkeit. Wieso hast du oder nimmst du vielleicht Anteil an Dingen, die für dich querlaufen und die dich ärgern, die du meinst, die musst du unbedingt verändern? Ich sage dir, was wir gerade gelesen haben, habe himmlische Gedanken. Habe himmlische Gedanken und nicht richtende Gedanken auf dieser Erde. Ich ändere mein Denken. Dann, wie ich vorgelesen habe, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Wenn du an Gottes Herrlichkeit Anteil hast, dann leuchtest du. Wenn du an Gottes Herrlichkeit Anteil hast, dann strahlst du, dann widerspiegelst du Gottes Ebenbild oder Gottes Bild. Und wir sind dann das Ebenbild. Und das ist das, was wir sein sollen. Das ist das, was wir sein sollen. Höre auf, aus der Vergangenheit in deine Zukunft zu denken. Das macht jeder normale Mensch auf dieser Erde. Ich habe das und jenes erlebt und zufolge dessen muss da die Zukunft sein. Ich habe den Beruf erlernt. Ich muss jetzt einen Beruf suchen. So und so, was ich gelernt habe, muss das ausführen. Meine Eltern haben das und jenes gesagt. Folgendessen muss ich das tun. Und so weiter. Aus der Vergangenheit denken wir in die Zukunft. Und das ist nicht optimal in der heutigen Zeit, weil wir zum Teil keine Zukunft aus der Vergangenheit mehr sehen. Wir sehen, wie Werte verfallen in unserem Land, auf dieser Erde. Wie sie verfallen und sehen, dass wir eigentlich nicht viel dagegen tun können. Wir können bruddeln, wir können Leute verurteilen, aber wir können nichts groß dagegen tun. Und darum höre auf, dein Leben von der Vergangenheit in die Zukunft zu nehmen, sondern denke von der Zukunft in die Gegenwart. Was hat dir Gott versprochen in der Zukunft? Und darauf darf ich mich freuen jetzt. Wenn ich sehe, was ich bekomme in der Zukunft, dann kann ich ganz anders leben, wie wenn ich sehe, was ich jetzt momentan nicht habe, das ich gerne hätte. Versteht ihr das? Schaut in die Zukunft, was Gott verheißen hat, was Gott versprochen hat, was wir noch nicht sehen, aber daran wir glauben können. Und deine Zukunft mit unserem Herrn? Lass das die Gegenwart bestimmen. Du hast einen miserablen Tag, dich ärgern Leute, dann kannst du sagen, oh ja, das wird immer schlimmer und ja, am liebsten wäre ich nicht mehr auf dieser Erde. Oder du kannst sagen, in der gleichen Situation, Herr, der ärgert mich, aber ich freue mich auf das, was kommen wird. Ich freue mich auf das, was vor mir steht. Ich freue mich auf das, was Gott für mich vorbereitet hat, denn mein Ziel sieht so richtig toll aus. Deins auch? Fünf, sechs Leute, ja, aber okay. Reagiere nicht aus dem, was war. Reagiere, was sein wird. Und zwar das ist, du hast Anteil an seiner Herrlichkeit. Reagiere nicht an dem, was gerade schief läuft. mich regt so auf, wenn Menschen immer nur, was schief läuft, was schief läuft, was schief läuft. Es läuft schief, richtig, aber das baut mich nicht auf, sondern mich baut auf, was ich in Christus habe und was ich haben werde. Das ist das, was mich aufbaut und das ist das, was auch ein Christ den anderen weiter sagen soll. Nicht nur den anderen Christen, sondern wirklich Jesus Christus wieder spiegeln. Es heißt nicht in der Bibel, im Vaterunser, wie auf Erden, so im Himmel. Wie eine Raupe, so im Himmel. Nein, es heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Und nicht, wie einst im Himmel, so wird es einst sein, sondern wie im Himmel, so auf Erden. Und das heißt es schon, seit es die Bibel gibt, ihr Lieben, das wie im Himmel, so auf Erden. Wir dürfen uns auf das Himmlische freuen und ihr Lieben, und auf der Erde leben und die Freude weitergeben. Die Erde wird, die Erde wird nicht in den Himmel transportiert. Gott sei Dank. All das, das Leid, das wird im Himmel wirklich ein Ende haben. Wir lesen 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Da darfst du dich heute selbst fragen, spiegelst du Gottes Herrlichkeit wieder oder den Zustand dieser Welt? Wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist. Seht ihr? Nicht, weil wir sagen, ich ziehe heute eine andere Jacke an oder ich laufe heute mal schneller oder nehme das Auto. Nein. Er verändert dich durch seinen Geist, wenn du es haben möchtest und nicht an dem alten, alten stecken bleibst, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Möchtest du das? Möchtest du das? Dann darf dich der Heilige Geist, er lebt in dir. Wenn du ein Christ bist, wenn du ja zu Jesus gesagt hast, er lebt in dir und wenn du das zulässt, tust du nicht von einem Schmutz in den anderen, von einer Not in die andere, sondern von einer Herrlichkeit in die andere. Und wenn du krank bist und du lebst von einer Herrlichkeit zur anderen, empfindest du das ganz anders, wie wenn du von einer Erde zur anderen Erde, von einem Erdhügel, von einem Dreck zum anderen Dreck. Ich sage dir, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nicht von Sünde zur Herrlichkeit steht in der Bibel, sondern es heißt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich sage dir, wenn deine Seele von Herrlichkeit zu Herrlichkeit lebt und dein Leib vielleicht krank ist oder irgendwo wehtut, ich sage dir, das ist wirklich Heilungskraft in dir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir sehen Jesus nicht aus der Sicht einer Raupe so, ja, was machst denn du da oben, das Elend auf dieser Erde. Nein, sondern von erhöht wie ein Schmetterling ist ein gutes Beispiel. Ja, sehe dein Leben nicht aus dem Blickwinkel der Medien, sondern aus dem Blickwinkel, wie Gott dich sieht. Eine weitere Bibelstelle, die steht in 2. Korinther 5, Vers 16 und 17. Daher beurteilen wir auch niemand mehr nach seinen menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, tun wir das heute nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Leben wir so? Oder ist das Alte immer noch da? Oder herrscht das Alte? Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Neuer Mensch hebt sich ab vom alten Mensch. Stimmt's? Und das kann auch ein jeder sehen. Vor dir ist nicht eine Raube, sondern ein Schmetterling, bildlich gesehen. Spreche von den Möglichkeiten deiner Zukunft anstelle von der Größe deiner Probleme. Die Möglichkeiten mit Jesus, die sind herrlich. das Ziel mit Jesus ist herrlich. Ich möchte euch noch ein Beispiel nennen und ihr, die meisten von euch haben den Flug von Apollo 11 miterlebt, die erste Mondlandung am 16. Juli 1969. Da war ich zehn Jahre alt. Das ist nicht Apollo 11, das ist was Neueres, aber es brauchte viele Treibstofftanks die Energie aus der Erdanziehungskraft hinauszukommen und da gibt es die vielen Atmosphären und da gibt es auch die Stratosphäre 11 bis 50 Kilometer und wenn ihr das auswendig lernen wollt, ich habe es euch mal mitgebracht, jede Atmosphäre hat ihre auch physikalische Eigenschaft und auch Anziehungskraft, verschiedene Anziehungskräfte und ihr wisst, wenn so eine Rakete hochgeht, dann es hängen Riesentanks unten dran und die werden abgestoßen, einer nach dem anderen. Sie haben keinen Nutzen mehr, weil sie ausgebrannt sind und sie wären nur schweren belast, wenn die Rakete sie mitnehmen würde und sie werden abgeworfen. Wie sieht es bei dir aus seit der Bekehrung? Hast du noch den ersten leeren Tank an dir hängen, wo so viel Feuer, ja in der früheren Zeit, ja da war Gott möchte und so weiter, hängt dieser Tank noch an dir und hindert, dass du weiterkommst? Haben wir wirklich alles abgestoßen, was der Veränderung wirklich hinderlich ist, wo wir für eine Zeit lang gebraucht haben? Vielleicht Religiosität, vielleicht Formeln, die uns aufhalten, in die nächste Atmosphäre zu kommen. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, wie sich so eine Rakete zusammensetzt und eigentlich nur das ganz obere ist das, wo am Schluss brauchbar ist. Alles andere braucht man, um hoch zu kommen, um das Ziel zu erreichen, aber dann ist es nur Ballast, wenn wir ihn nicht abwerfen. Es gibt verbrauchten Ballast an dir, erkenne ihn und wirf ihn weg. Über 500 Kilometer beginnt die totale Schwerelosigkeit und ihr Lieben, da möchte ich aus Hebräer 12 den Vers 1 lesen. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir, den wir begonnen haben, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Hier steht, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf hindert. Das ist nicht nur die Sünde, sondern die alten Erlebnisse, auf die wir irgendwo an die wir uns erinnern und meinen, wir können noch was rausziehen. Gott hat jeden Tag Neues für dich. Du musst nicht deine Kraft aus den Vergangenheitserlebnissen holen, vielleicht dein Mut oder deine Entscheidung, aber die Kraft ist heute da. Nimm die Kraft, die heute da ist, nimm die Zukunft, die vor dir liegt und lebe nicht dein ganzes christliches Leben in Erlebnisse der Vergangenheit und ich möchte dich heute fragen, was ist dein Mond? Im Beispiel zum Ziel. Die Raumfahrt hatte das Ziel, den Mond zu erreichen. Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Kennst du dein Ziel? Und was muss bei dir wegfallen, um das Ziel zu erreichen? Die Rakete, die Apollo 11 hätte nie den Mond erreicht, hätte sie alles beibehalten, die wäre nie hochgekommen, wäre total unbrauchbar gewesen, steuerungsmäßig, viel zu plump und die kleine Kapsel, die noch übrig blieb, die war dann auch fähig, als auf dem Mond zu landen. Ich weiß noch, wie ich das im Radio mitverfolgt habe in meinem Zimmer und ich sage dir, du sollst auch dein Ziel erleben, aber lass dir von Gott zeigen, wo dein Ballast ist. Und ich sage dir, bei Christen kommen dann immer hoch, Sünde habe ich aufgeräumt, ich habe keinen Ballast mehr. Doch, wir alle haben noch Ballast, wo wir uns an Dinge halten, wo wir uns schon lange lösen sollten, um Neues zu erleben, um weiterzukommen. Ihr Lieben, das ist das, was wir ja auch erleben. Wir tun auch nicht mehr mit der Dreisine fahren oder mit dem ersten Auto, heute gibt es andere Autos, ich weiß nicht, was in 10, 20 Jahren, ob das noch Auto heißen wird und dann werden wir auch nicht sagen, okay, ach ja, ich bleibe beim Alten. Ich sage dir, es entwickelt sich weiter, aber Gott bleibt dasselbe. Aber der Weg dorthin entwickelt sich weiter und tu alles weg, was dich belastet. Ich meine jetzt nicht dein Auto, das kannst du selber entscheiden, ob es wegtut oder nicht. Dinge, die wir zum Start in die nächste Atmosphäre gebraucht haben, müssen wir abstoßen. Was habe ich alles Tolles erlebt mit meiner Frau zusammen, auch Glaubenssachen, wo ich mich gerne daran erinnere, aber die geben mir heute nicht mehr die Kraft, sondern ich brauche heute neue Kraft. Ich brauche morgen neue Kraft. Darum ist das eine Erinnerung, aber nicht mehr mehr. Was tragen wir alles mit uns herum, wo keine Energie mehr drin ist? Und ihr Lieben, das Schlimmste für die Welt ist, wenn sie Christen sehen, wo keine Energie drin ist, wo alles so Antiquitäten mäßig aussieht, ihr Lieben, und das ist kein Zeugnis, sondern wir sollen gefüllt sein mit dem Feuer Gottes, mit der Liebe Gottes und mit der Treibkraft Gottes und hol dir nicht deine Triebkraft aus der Vergangenheit, sondern von der Zukunft. Da will ich hin, da hat Gott mir, das hat Gott mir verheißen und da zieht es mich hin und das ist das, ihr Lieben, dass wir ein Ziel erreichen. Und ich möchte zum Schluss kommen, ihr Lieben, die Erdanziehungskraft wird kleiner, je höher wir kommen. Bleibe nicht in irgendeiner Atmosphäre hängen, sondern immer höher. Und ich sage dir, wenn du sagst, ach, ich bin so nichts, nutze so ein kleines, so eine kleine Raube oder so ein Kokon, ich sage dir, die Raube wird verwandelt zur Schönheit. Die Asche wird Same sein für deine Größe. Deine irdischen Fehler, das ist eine Übung für deine Berufung, deine himmlische Berufung und deine Megaprobleme sind die Ausgangsposition deines Wunders. Jammere nicht immer deinem Kokonach, deines Raubendaseins. Ach ja, wie war doch das schön, ich sage dir, denke nicht irdisch, denke himmlisch. Denke nicht irdisch, denke himmlisch. Möchtest du es tun? Es ist deine Entscheidung, in welchem Veränderungszustand du auf das Ziel, auf dem Ziel, auf dem Weg zum Ziel unterwegs bist. Deine Veränderung beginnt heute, wenn du möchtest. Möchtest du es? Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause, natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de Wir freuen uns auf dich. bis zum Jahrhundert. Bis zum Jahrhundert, bis zum Jahrhundert. Bis zum